Der vierte Teil meines PixInsight Workshops. Hier geht es ums Entrauschen. Ich zeige euch meine favorisierte Methode, um Bilder zu entrauschen in PixInsight natürlich. Und los! Hallo ihr Lieben und willkommen zum vierten Teil meines PixInsight Workshops. Und heute geht es um das Entrauschen von Aufnahmen. Und bevor ich jetzt mit dem praktischen Teil anfangen möchte, ich euch auch hier so ein bisschen meine Philosophie erklären. Zunächst mal kann man darüber nachdenken, was ist eigentlich Rauschen? Ich habe dazu zwei Videos gemacht. Ihr könnt in meinem Kanal mal schauen. Die waren ziemlich aufwendig in der Herstellung. Also da habe ich lange recherchiert und das hat sich über ein Jahr hingezogen. Und da erkläre ich eigentlich alles zum Thema Signal und Signal-Rausch-Verhältnis. Und das könnt ihr euch mal anschauen, wenn euch noch nicht ganz klar ist, woher das Rauschen in den Astro-Aufnahmen eigentlich kommt. Gut, was ist jetzt Rauschreduzierung? Also es gibt einen Zusammenhang, der ist ganz wichtig zu verstehen. Und zwar, ja wir reden immer von Rauschen, aber Rauschen alleine, das ist eigentlich sprachlich so ein bisschen gefährlich. Also eigentlich müssten wir sagen, oder müssten wir immer vom Signal-Rausch-Verhältnis sprechen. Also man kann jetzt sagen, hier diese Aufnahme, die wir da haben, die hat ein schlechtes oder ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis. Aber allgemein gesprochen sagen wir halt immer, die Aufnahme rauscht oder sie rauscht eben nicht. Ja, aber besser wäre es zu sagen, wir haben hier ein gutes oder ein schlechtes Signal-Rausch-Verhältnis. Und das Signal-Rausch-Verhältnis ist gekoppelt an die Auflösung eines Bildes. Und das ist was, was glaube ich nicht so viele Leute wissen, beziehungsweise eigentlich unterbewusst wissen das schon sehr viele. Aber ich glaube, so bewusst wissen das nicht alle. Ich will das mal anschaulich machen. Wenn man ein Bild zum Beispiel bei Instagram postet oder sich auf seinem Smartphone anguckt, also ganz klein macht, dann sehen Bilder eigentlich immer toll aus. Und ich kann jetzt mal dieses Mini-Bild hier nehmen. Und ich kann ja einfach mal das Bild weiter hochziehen. Achso, das ist jetzt noch nicht gestreckt. Vielleicht ganz gut so. So, ich mache das mal schnell, so ein paar Durchgänge. Ich nehme eigentlich das Stretching hier gerade vorweg. Jetzt gebe ich mal richtig Gas hier. So, das sieht jetzt im Kleinen aus wie eine sehr tiefe Aufnahme. Und wenn wir jetzt aber mal desto weiter wir in das Bild rein zoomen, so könnte ich das zum Beispiel bei Facebook auch zeigen. Da wird keiner meckern. Ja. Hallo, das wollen wir jetzt nicht. Und wenn man jetzt aber mal kräftig hineinzoomt, dann sieht man, was da los ist, wie verrauscht die Aufnahme eigentlich ist. Also, die einfachste Entrausch-Methode ist einfach ein Bild klein machen. Ja. Wir verringern die örtliche Auflösung sozusagen zugunsten des Signalrauschverhältnisses. Und nichts anderes übrigens passiert beim Binning. Das Binning ist nichts anderes als eine Verringerung der Auflösung zugunsten des Signalrauschverhältnisses. So, das ist eine Sache, die mir ganz wichtig ist zu sagen, wie komme ich da überhaupt drauf. Es ist so, dass ein Entrauschfilter im Prinzip genau danach arbeitet. Also ein Entrauschfilter ist nichts anderes wie ein Weichzeichner im Prinzip, der das Bild weichzeichnet und damit die Auflösung einfach verringert. Und dadurch funktioniert das Entrauschen. Dadurch bekommen wir am Ende ein besseres Signalrauschverhältnis. Und das ist wichtig, wenn wir ans Entrauschen rangehen, im Hinterkopf zu behalten, was machen wir da eigentlich und an welchen Bildanteilen lohnt es sich zu entrauschen, an welchen nicht. So, damit kommen wir zum dritten Punkt oder zu einer dritten Philosophie. Es gibt ein tolles Buch, beschäftigt sich sehr viel mit Photoshop, aber es ist auch schon älter, ich weiß gar nicht, ob man es noch bekommt. Das ist von Ron Wodesky und das heißt, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, The Zone System for Astrophotography oder so ähnlich. Ich habe es im Kopf als The Zone System abgespeichert, also das Zonensystem. Und der Ron Wodesky unterteilt ein Bild in diesem Buch in verschiedene Bereiche. Und zwar Bereiche mit hohem Signal-zu-Rauschverhältnis. Zum Beispiel diese hellen Dinger hier, da erkennt man nichts, kein bisschen Rauschen. Und auch diese hellen Nebel, das sind Bereiche mit einem sehr hohen Signal-Rauschverhältnis. Dann gibt es Bereiche mit einem Medium, also mittleren Signal-Rauschverhältnis. Das sind so die Ausläufer, da erkennt man ja auch schon so ein bisschen dieses Salz- und Pfeffermuster. Und dann gibt es eben Bereiche, Hintergrund, wo das Signal-zu-Rauschverhältnis sehr schlecht ist. Und man erkennt eben mehr Rauschen oder besser gesagt, dort ist das Signal-Rauschverhältnis schlechter. Also können wir Bilder ein bisschen einteilen. Und diese Einteilung hilft uns zu entscheiden, wohin wir verschiedene Prozesse adressieren. Bereiche mit einem sehr guten Signal-Rauschverhältnis müssen wir nicht mehr entrauschen. Aber diese Bereiche können wir sehr gut schärfen. Denn die Schärfung ist genau das Gegenteil von dem Entrauschen. Und das funktioniert eben dann, ich habe ja gesagt, es gibt diese Kopplung zwischen Signal-Rauschverhältnis und Auflösung. Wir können also die Auflösung da erhöhen, wo das Signal-Rauschverhältnis sehr gut ist. Das heißt, in Bereichen mit einem hohen Signal-Rauschverhältnis können wir gut schärfen, müssen aber nicht entrauschen. Andersrum, in Bereichen mit einem sehr schlechten Signal-Rauschverhältnis, also zum Beispiel der Hintergrund einer Aufnahme, da können, sollen, müssen wir entrauschen, können aber da keine Schärfung vornehmen. Das ist ganz wichtig, wenn wir nachher zum Beispiel mit Masken arbeiten, dass wir genau sagen und wissen, wohin wir diese Bearbeitungsmethode hin adressieren. Also bitte da was machen und anderswo aber bitte nichts machen. So, das ist noch ein wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte und eine sehr gute Möglichkeit der Adressierung, also wohin ein zum Beispiel Rauschfilter oder wo der arbeiten soll, das sind die sogenannten Wavelats. So, es gibt hier ein Skript, also ein Skript, wo ist es denn? Extract Wavelat Layers. Was sind Wavelats? Also, wir können das Bild natürlich unterteilen in Bereiche mit viel Signalen, mittleren Signalen, wenig Signal oder Tiefen, Höhen, Tiefen, Mitten. Ja, also die Tiefen sind dann die dunklen Bereiche, Höhen sind die hellen Bereiche und Mitten erklärt sich von selber. Oder wir unterteilen ein Bild sozusagen in Frequenzen. Ja, man spricht vom Frequenzraum, das ist mathematisch, wird das jetzt kompliziert, nicht, dass ich da der Experte für bin, aber so grob, wie ich es verstanden habe, kann man eine Aufnahme in verschiedene Frequenzen unterteilen. Ja, und das funktioniert eben über diese Wavelats und über die Wavelat Layers. Das Layer ist wie bei Photoshop, also so eine Ebene. Und wir können jetzt hier bei diesem Skript Extract Wavelat Layers einmal das Target Image angeben. Das ist natürlich das Bild hier. Und die Anzahl der Layer, also wir sagen, bitte mach uns mal fünf verschiedene Bereiche mit fünf verschiedenen Frequenzen sozusagen. Und bitte mach aus dem Rest auch noch ein Layer. Ja, das ist dann das Residual Layer. Also alles, was übrig bleibt, kommt hier rein. So, das ist eine mathematische Funktion. Braucht uns erstmal nicht weiter zu kümmern. Ich drücke auf OK. Übrigens, das müsst ihr nicht bei jeder Aufnahme machen oder dann, wenn ihr eine Rauschreduktion macht. Aber es lohnt sich, das einmal zu machen, um die ganze Sache zu verstehen. Das ist übrigens auch ganz schön, wenn man ein Bild nimmt und man hat hier so einen Ausschnitt, dann kann man das einfach auf die anderen Bilder ziehen und hat den exakt gleichen Ausschnitt dann bei den anderen Bildern. Das ist wirklich eine tolle Funktion in Pixel-Zeit. So, jetzt haben wir hier von rechts unten, das ist unser erstes Layer, das heißt hier dummerweise 0,0 statt 0,1. Das ist ein bisschen verwirrend, aber das ist quasi Layer 1. Und hier haben wir das sehr klein skalierte Rauschen, also das ungefähr auf der 1-Pixel-Ebene. Können wir mal weiter reingehen, weiter rein zoomen. Und wir sehen hier, es befindet sich also viel Rauschen, vor allen Dingen Farbrauschen, ja, im Layer 1. Im Layer 2 befindet sich Rauschen, im Layer 3 befindet sich hauptsächlich das Farbrauschen, ja, also Layer 2 und Layer 3, das sind die, wo wir das Farbrauschen sehr stark haben. Im Layer 4 haben wir immer noch ein sehr großflächiges Farbrauschen und ich tippe mal im Layer 5, ist das eigentlich vernachlässigbar und im Residual Layer, da haben wir wirklich diese ganz großen Strukturen drin. Das heißt, wir können jetzt sagen, wir müssen eine Rauschreduzierung auf das Layer 1 anwenden, auf das Layer 2, auf das Layer 3. Und wir können mal versuchen, das Layer 4 noch anzugehen und ich kann euch jetzt schon sagen, hier beim Layer 1 können wir sehr aggressiv vorgehen und dann gehen wir der Reihe nach immer weniger aggressiv vor, weil wir sonst eventuell auch Strukturen zu sehr weich zeichnen. So, jetzt können wir die alle wieder schließen und jetzt habe ich einmal die Wavelets erklärt. Und jetzt kommen wir auch gleich zu meiner favorisierten Methode des Entrauschens. Das heißt, Multiscale Linear Transform. Das ist in dem Sinne kein Rauschfilter, sondern im Prinzip eine, ich nenne es mal Adressierungsmaschine. Also, mit dem Ding können wir erstens diese Wavelets herstellen und können diesen Wavelets verschiedene Parameter zuordnen. Jetzt hat dieses Modul hier von Hause aus schon vorgesehen, dass wir eine Noise Reduction, also ein Entrauschen machen können. Ich wollte eigentlich sagen, dass man hier auch noch schärfen kann mit diesen Layers. Das habe ich noch nie gemacht, deswegen, ich war mir eigentlich sicher, dass es hier ist. Aber es gibt noch so ein anderes, das heißt Multiscale Median Transform, glaube ich, vielleicht war es auch da. Ja, egal, ich will euch nur das Entrauschen zeigen und das kann ich euch mit diesem Tool fantastisch zeigen. So, erstmal, wir hatten vorhin ja eigentlich sechs oder fünf Layers plus das Residual. Deswegen machen wir das hier auch mal. Wir haben gesagt, im Layer 1 haben wir Farbrauschen sehr stark drin, im Layer 2 auch, im Layer 4 auch. Quatsch, im Layer 1, im Layer 2, im Layer 3, im Layer 4 müssen wir mal schauen, ob es da überhaupt noch sinnvoll ist zu Entrauschen. So, wenn ich jetzt hier das Orangene anwähle, oder das wird orange, wenn ich das anwähle, das Layer, und auf Noise Reduction tippe, dann werden hier die Parameter eingestellt. Der Threshold beschreibt so ein bisschen die Größenordnung links und rechts von meinen Werten, die ich haben will, die inkludiert werden. So, Amount erklärt sich von selber, das ist sozusagen die Stärke und Iterations, das sind die Durchgänge. Also es empfiehlt sich bei einigen mathematischen Prozessen, nicht nur einen Durchgang zu machen, sondern mehrere Durchgänge, dafür aber zum Beispiel den Amount runterzusetzen. Ja, wir können hier zum Beispiel 0,5 eingeben und beispielsweise davon zwei Iterationen machen. Das ist nur ein Beispiel. Was ich vergessen habe, hier oben der Algorithmus, der soll bitte auch auf Multiscale Linear Transform stehen, nicht auf Starlet. Und dann müssen wir noch hier unten als Ziel angeben, welchen Bereich des Bildes, oder in welchem Bereich des Bildes entrauscht werden soll. Also ob im Luminanzbereich oder im Chrominanzbereich. So. Ich nehme mal eine Sache vorweg. Das, was wir gesehen haben an Rauschen in diesen Layers, das ist nicht alleine Farbrauschen. Das ist zum Teil auch sozusagen fehlendes Signal-Rausch-Verhältnis und das ist eigentlich dann genau genommen Luminanzrauschen. Aber wir fangen einfach mal mit dem Chrominanzrauschen an. Und hier können wir jetzt bei den Parametern relativ aggressiv zur Sache gehen. Also ich nehme jetzt einfach mal eine sehr hohe Zahl, 40. Davon 10 Iterationen. So, es empfiehlt sich hier mit Vorschauen zu arbeiten. Wenn ich jetzt hier oben auf dieses Symbol klicke, wird der Mauszager aktiv. Ich kann irgendwo im Bild eine Vorschau aktivieren. Wir gehen jetzt mal hin und nehmen einen Bereich mit wenig Signal-zu-Rausch-Verhältnis. Ja, und hier sehen wir unsere einpixeliges Farbrauschen und wir üben erstmal ein bisschen mit der Vorschau und schauen, was das macht. Wir ziehen den Prozess einfach hier hin. Dauert ein bisschen je nach Rechenkapazität eures PCs. Wie Sie sehen, sehen Sie nicht viel. Hier oben gibt es dieses Symbol, Undo Preview. Wenn wir das mal klicken, dann wird das zu Redo Preview. Und warum ist das eigentlich nicht bei mir da oben angeheftet? Weiß ich nicht. Ich mache mal ein Undo und Redo. Und da sieht man, unser Farbrauschen scheint gar nicht in diesem ersten Layer drin zu sein. Denn man sieht überhaupt gar keine Veränderung. Wir können natürlich mal hingehen. Wirklich brutal sein. Ich habe es mal ein bisschen vergrößert. Ich habe, wie ihr vielleicht gemerkt habt, kurz mal das Video angehalten, weil es doch ein bisschen länger gedauert hat. Also im Layer 1, da können wir so aggressiv vorgehen, wie wir wollen. Da ist kein Farbrauschen. Das gibt mir schon den Hinweis, dass das eher das Signal-Rausch-Verhältnis ist, dass da also ein Luminanzrauschen ist. So, dann machen wir das mal hier. Da können wir bestimmt nicht so aggressiv vorgehen. Wir gucken einfach mal. So, jetzt schauen wir mal, was uns das gebracht hat. Jetzt sieht man so ganz leicht eine Veränderung. Das ist wirklich minimal. Also das Chrominanzrauschen scheint wirklich entweder im anderen Layer zu sein, oder wir müssen noch aggressiver vorgehen. Ich lasse jetzt mal hier den Default-Wert eingestellt. Also es ist so, dass nach unten hin müssen wir mit den Werten runtergehen, weil wir ansonsten Gefahr laufen, dass wir irgendwie Strukturen tatsächlich kaputt machen. Man erkennt das dann manchmal daran, dass die Farbe aus den Sternen rausgeht, oder die Sterne plötzlich haarlos werfen. Ja, da war scheinbar viel los. Hier ist das ganze Farbrauschen drin. Aber, wie ich schon vermutet hatte, haben wir einfach hier durch das geringe Signal-Rausch-Verhältnis hauptsächlich ein Problem mit der Luminanz. So, als letztes gehen wir noch hin. Wir hatten ja gesehen, dass im Layer 4 auch was los war. Na, komm, wir gehen auf 0,5 und dafür zwei Iterationen. So, kann wieder einen Moment dauern. So, das hat auch noch was gebracht, aber vielleicht auch schon was kaputt gemacht. Achtet mal auf die orangenen Sterne. Das vierte Layer fängt jetzt schon an, die Sternfarben anzufressen. Das will ich eigentlich nicht. Also das Farbrauschen kriegen wir gut los, aber das gefällt mir nicht. Wir könnten jetzt überlegen, mit einer Maske zu arbeiten, aber ganz ehrlich, ich nehme das einfach wieder raus, das Layer. Im Layer 1 können wir auch mal ein bisschen das zurücknehmen. Das bringt ja eh nicht viel. So, das sind unsere Einstellungen. Mit diesen Einstellungen gucken wir jetzt mal noch einen zweiten Bereich rein. Das heißt, wir machen eine zweite Vorschau von so einem Bereich mit einem Medium-Signal-Rausch-Verhältnis. Und los. So, machen wir hier auch mal die Vorher-Nachher-Variante. Ja, das Farbrauschen wird gut eliminiert. Ja, es ist tatsächlich, also es befindet sich in dem Layer 4 auch was drin. Mir ist das aber zu heikel. Oder. Also. Ihr seht, das ist Trial and Error, wie man so schön sagt. Und es gibt hier keine Werte, die allgemeingültig sind. Probiert es einfach selber mal aus. Ich nehme jetzt doch hier das Layer 4 mal dazu und gucke nochmal, was passiert. Ein Vorher- und Nachher-Vergleich. Ja, das Farbrauschen wird super korrigiert. Leider werden die Sterne aber auch etwas entsättigt. Ich riskiere das jetzt mal, weil ich nachher die Farbsättigung eh wieder anhebe. So, also. Jetzt habe ich euch mal gezeigt, wie man sich da heranwagt an die Geschichte. Und um das mal gleich zu sagen, wenn ihr mit einer Aufnahme mit einer DSLR oder mit einer One-Shot-Color-Kamera gemacht habt, dann könnt ihr auch so vorgehen, ganz ähnlich. Also, dann nehmt ihr euch erst mal das Chrominanzrauschen vor. Wichtig hier unten, dass ihr das Target auf Chrominanz setzt. Hier oben auf Multiscale Linear Transform. Die Parameter für das Chrominanzrauschen könnt ihr relativ aggressiv wählen und wahrscheinlich wird das so in den ersten vier Layers stattfinden. Wir machen das jetzt mal. Ich lösche mal alle Previews und wende jetzt das mal aufs Bild an. So, jetzt haben wir das Farbrauschen ganz gut entfernt aus dem Bild. Und das Bild rauscht aber immer noch. Also müssen wir schauen, dass wir das sogenannte oder das Luminanzrauschen aus der Farbauaufnahme irgendwie auch noch rausbekommen. Wenn ihr mit einer DSLR oder einer One-Shot-Color-Kamera gearbeitet habt, müsstet ihr jetzt im Prinzip oder könntet ihr, besser gesagt, die Luminanz aus dem Bild rausziehen. Das funktioniert, indem ihr oben auf das Knöpfchen drückt. Und dann bekommen wir nur die Luminanzinformation aus den Bilden. Da sehen wir ja auch Rauschen drin. Und ich schätze mal, dass das ein Rauschen ist so auf den ersten beiden Layers. Gut. Ich mache das jetzt hier nicht, weil wir haben ja eine Luminanz noch extra. Ich mache aber noch mal eine Preview. Mal hier oben. So. Jetzt muss ich hier unten umstellen auf Luminanz. Luminanz. Wieder auf Multiscale Linear Transform. Und jetzt müssen wir uns sehr viel vorsichtiger an die ganze Geschichte herantrauen. Also die Luminanz ist da wesentlich empfindlicher, was das Entrauschen angeht. Wir fangen mal an mit Layer 1. und sowas hier. Na. Mal gleich mal das Layer 2 dazu. Da sehen wir jetzt einen deutlichen Effekt. Ich zeige das gerade noch mal. Also da wird das Bild jetzt richtig weich gezeichnet. Im Prinzip wäre das schon viel zu viel. Ja. Also was man ja vor allen Dingen sieht, ist, dass die Sterne in Mitleidenschaft gezogen werden. Daran erkennt ihr aber auch, wie empfindlich die Luminanz gegenüber diesem Multiscale Linear Transform Prozess ist. Also müssten wir eigentlich jetzt da die Parameter zurückdrehen. Ich mache das aber nicht. Ich erkläre gleich, warum. Wir nehmen mal das dritte Layer dazu. Ungefähr. Tippe ich einfach mal so. Mal schauen, was passiert. So, und das ist natürlich schon deutlich. Und das ist eigentlich, wie gesagt, viel zu viel des Guten. Das können wir auf gar keinen Fall machen. Was mich ein bisschen wundert ist, dass ich hier doch noch so einpixelige Strukturen sehe. Dass ich aber auch noch so im Bereich zweipixelige Strukturen ein Farbrauschen sehe. Gut. Warum lasse ich es jetzt trotzdem erstmal dabei? Weil wir ja noch die echte Luminanz haben. So, wir haben eine wirkliche Luminanzaufnahme mit Luminanzfilter gemacht. Und die legen wir ja gleich drunter unter das Bild. Und früher ist man sogar hingegangen, oder das macht man eigentlich heute immer noch, wenn man zum Beispiel die L-RGB-Kombination macht, also wenn man die Luminanz und RGB zusammenführt, hat es sich eigentlich immer als ganz gut herausgestellt, dass man das RGB-Bild ein bisschen weich zeichnet. Genau das ist ja jetzt hier passiert. Also können wir das getrost so lassen, weil die Schärfe kriegen wir ja zurück aus dem Luminanzkanal. so. Ich lösche mal diese Preview und wende diese Parameter jetzt komplett aufs Bild an. So, jetzt bekommen wir ein ziemliches Baby-Propo glattes Bild. Können auch hier mal so ein Vorher-Nachher machen. Vorher-Nachher, das sieht sehr weich aus. Gut, also normal, nochmal. Normalerweise ist das schon viel zu viel und wir hätten jetzt eigentlich mit einer Maske arbeiten müssen, um wenigstens die Sterne vor dieser Weichzeichnung zu schützen. Aber da wir das nur als Farb-Layer benutzen, können wir es dabei belassen. So, als nächstes wollen wir jetzt das Entrauschen unseres Luminanzbildes vornehmen. Da haben wir das Problem, wir können nicht mehr einfach so das Entrauschen anwenden wie bei dem RGB-Bild, sondern wir müssen hier mit einer Maske arbeiten. Und darum zeige ich euch zuallererst mal, wie man eine solche Maske erstellt. Es gibt verschiedene Arten von Masken. Wir reden hier von einer Luminanz-Maske. Eine Luminanz-Maske ist quasi genau das umgekehrte Abbild von dem eigentlichen Bild. Ich mache euch das einfach vor und dann erklärt es sich glaube ich von ganz alleine. Zuerst mal machen wir eine Kopie von dem Bild. Das geht ganz einfach mit einem Klick auf diese kleine Bildecke und dann ziehen wir das auf das Bildschirm. Dadurch wird ein Klon erstellt und das benennen wir jetzt noch kurz noch kurz um dieses Bild ist ja noch linear das ist ja noch nicht gestreckt wir müssen dieses Bild jetzt strecken und da zeige ich euch mal kurz einen kleinen Trick also jeder der schon mal mit Pixinside gearbeitet hat wird das kennen aber die Anfänger kennen das vielleicht noch nicht wir können diese Einstellung die hier durch die Screen Transfer Function vorgenommen wurde auf die Histogramm Transformation übertragen das heißt ich mache hier einfach mal den Prozess das Bild wird als Bildschirm Darstellung irgendwie heller dargestellt und jetzt nehme ich dieses New Instance Ding und ziehe das hier unten in die Histogramm Transformation dann wähle ich hier die Luminanz Maske als Bild aus mache die Screen Transfer Function rückgängig und stretche jetzt dadurch das Bild tatsächlich mit den Parametern der Screen Transfer Function gut kleiner praktischer Tipp am Rande jetzt wird dieses Bild invertiert das ist im Prinzip schon unsere Luminanz Maske und überall dort wo es schwarz ist wird nachher die Rauschunterdrückung nicht stattfinden überall dort wo weiß ist wird die Rauschunterdrückung stattfinden also in allen Bereichen in denen ich ein gutes Signal zu Rauschverhältnis habe findet nachher keine Rauschunterdrückung statt so ich muss dieses Bild aber noch ein bisschen bearbeiten zum einen muss ich den weiß Punkt ein bisschen so setzen ich mache mal hier diese Vorschau an das ist die Realtime Vorschau da kann man sehen was man gerade macht also ich will den Hintergrund mal richtig weiß machen dann werde ich den Schwarz Punkt neu setzen so und die mitten auch noch mal so das wirklich ja so das gefällt mir glaube ich ganz gut die Vorschau zu und zieh das noch hier drauf so und wenn wir jetzt mal ein bisschen rein zum stellen wir fest das Bild selber war ja verrauscht das heißt unsere Maske ist es jetzt auch was ich jetzt noch mache ist sozusagen das Bild weichzeichnen und dafür gibt es tatsächlich in Pixinside erstaunlicherweise kein Prozess also es gibt keinen gausschen Weichzeichner man nennt das glaube ich einen Hochpass Filter oder Tiefpass Filter ich weiß es gerade nicht mehr genau wir haben hier aber die Wavelats und wenn wir die ersten beiden Wavelats einfach killen in dem Bild dann kommt aus einem ich glaube es ist ein Hochpass Filter gleich so jetzt ist das Ding weich gezeichnet und sollte so als Maske gut funktionieren können das wieder schließen ich lege das mal zur Seite hier Ordnung muss sein so das kann ich so weit weg liegen müssen eine Maske auf ein Bild anwenden geht so dass man auch hier drag and drop mäßig diese Maske unter das Symbol dieses Bildes legt und dann ist die Maske aktiv man erkennt das daran dass sich dieser kleine Reiter hier braun gefärbt hat jetzt können wir noch diese Maske unsichtbar machen entweder mit ctrl k da einfach indem wir hier drauf klicken so wir machen wieder eine kleine vorschau so sieht das aus und rufen unseren multiscale linear transform prozess auf der steht wieder auf multiscale linear transform und hier unten steht das jetzt auf luminanz so bei den parametern hier machen die mal rückgängig müssen wir wesentlich vorsichtiger umgehen als bei dem krominanz rauschen ja das luminanz rauschen ist sehr viel empfindlicher was noise reduction angeht so ich mach mal nur den ersten layer ich glaube da hat sich so ziemlich gar nichts getan ein zoom gut layer 2 so und da hat sich jetzt schon was getan und auch eine ganze menge sogar schon ich habe ein bisschen sorge trotz maske werden meine sterne hier doch noch in mit leidenschaft gezogen das gefällt mir nicht so ich werde die maske noch mal ein bisschen härter angehen härter angehen vielleicht das leer auch noch wegnehmen das können wir so nicht machen das war zu viel mal schauen mal schauen jetzt habe ich vergessen die vorschau anzuwählen mal schnell rückgängig wir brauchen eine vorschau so das sieht glaube ich schon besser aus vorher nachher ja also die maske funktioniert besser ein bisschen geblört wird das ganze aber nicht mehr sehr stark so ehrlich gesagt mehr mache ich nicht ich wende jetzt diesen prozess an und das war es dann was meine rauschreduzierung angeht ich verfolge da so ein bisschen die philosophie dass man rauschreduzierung auf gar keinen fall sehen sollte es gibt viel zu viele bilder bei denen man sieht dass viel zu stark entrauscht wurde und für meinen geschmack sieht das richtig richtig furchtbar aus das sage ich ganz ehrlich und ich weiß von vielen befreundeten astrofotografen die empfinden das eigentlich ähnlich also man kann besser ein bisschen rauschen im bild drin lassen vielleicht die bildauflösung reduzieren indem man das bild nicht ganz so groß zeigt und wenn wirklich im bild nachher also man soll sogar noch ein bisschen von diesem ganz feinen rauschen im bild übrig lassen weil das einfach ein viel natürlichere tiefe gibt schaut euch doch die beiden videos die ich zum thema rauschen gemacht habe nochmal an da erkläre ich auch warum das rauschen ein durchaus natürliches phänomen ist und warum man das irgendwie gar nicht so stark bekämpfen sollte gut außerdem achtet drauf also spätestens dann wenn es so kleine brücken zwischen den sternen gibt also das sieht man dann dann werden so kleine benachbarte sterne werden dann fast zu einem stern in dem da so eine kleine lichtbrücke dazwischen ist also aller spätestens dann muss man aufhören besser schon viel vorher also diese diese komischen lichtbrücken dann ist man schon viel zu weit mit dem entrauschen gegangen das so als faustregel gut die maske entferne ich noch kurz hier und dann war es das jetzt haben wir irgendwie unsere luminanz bild ein trauscht und das rgb bild enttrauscht und ja ich hoffe das video hat euch gefallen und konnte euch weiterhelfen wir kommen so langsam in die ziel gerade im nächsten schritt geht es dann um das stretching und es geht aber vorher noch so ein bisschen um die vorbereitung was ich mit den bildern noch mache bevor ich sie stretchen und ja und dann sind wir beinahe schon beim fertigen bild nachher also bis zum nächsten teil tschüss